Ich bewunderte Atatürksehr, weil er hat einen Plan in seinem Kopf, eine Türkei, wo die Frauen nicht verschleiert sind und alle Rechte haben. Ich habe gesagt, I am coming from Vienna. Dann hat er gesagt, oh, I bombed Vienna. Dann habe ich gesagt, maybe you bombed my house. End of 43, it was decided that I go to intelligence. I was born into a family at the end of the 19th century in Russia. But in 1881, there were terrible pogroms against the Jews. They said, I'm not going to stay in this country. I'll go to Palestine. Mein politisches Buch sind die Schmelzungen, das Schweigen meiner Generation, warum wir nie geredet haben, was der Krieg bedeutet hat. Die erste Mal, dass ich in meinem Leben gelebt habe war, weil du mich trafst. Ja, klar. Und du sagst, ich gehe zu spielen, ich gehe zu spielen, ich gehe zu spielen. Wir gehen so hoch und hoch und hoch. Da hoch und 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 hoch. Und dann hat mich das Liceum in Lisbeth als Schülerin akzeptiert. Ich habe die Vögel angeschaut und das Meer und ich war mit Vergnügen. Ich habe die Vögel angeschaut und die Vögel angeschaut. Ich habe die Vögel angeschaut und diese Vögel angeschaut. Aber du geht weiter und du geht weiter. Ich will noch sagen, dass ich mich noch sagen will. Vielen Dank.